Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich hab die perfekte Maske für dich. Riley! Perfekt! Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf! Ja, voll krass! Brüll mal! Du sollst brüllen! Na geht doch! Mal sehen, was es hier noch so gibt. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Mann, schau dir auch mal die Zeug an. Die Zeug an. Wenn du also die Zeug an, dann dich also schaust. Dann, du sollst schaust. Mann, schau dir mal die Zeug an. Mann, schau dir mal von mir. Mann, schau dir mal die Zeug an. Mann, schau dir mal die Zeug an. Wahrheitsschädel, stell ihm eine Frage, wenn du dich traust, okay? Äh, werden wir heute sterben? Nichts. Nur ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh, das ist höchst unwahrscheinlich. Ah, so ein Trost. Oh, das ist höchst unwahrscheinlich. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich. Okay, Let. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Werde ich wieder Autofahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt? Ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Lass sie gehen. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh weh, Toto. Was sollen wir nur tun? Oh Mann. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich steh voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. 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 Ich bin Gräfin. Ellie, hier drüben sind ein paar Freunde von dir. So was kauft jemand? Ist mir zu hoch. Ich bin Gräfin. Das war blöd. Ja. Violette fahren wohl ziemlich in. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich sehr gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Ne, das hab ich aufgegeben. Poker gehört dir. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh bitte, ich bin ungefähr zehnmal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich, Skelettseer sagt das. Gut, Skelettseer kann mich mal. Gut, Ellie. Ich bin schauer. Ich bin weggegeben. Ich bin weggegeben. Ich bin weggegeben. Alle anderen können sie sich beigetwegen. Und ich bin weggegeben. Ich bin weggegeben. Hallo, großer Junge. Buh-Buh-Buh-Buh. Buh-Buh. Siehst du die Autos da unten? Ja? Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst. Ich bin dabei. Verdammt! Ja! Ja, Falltreffer! Was? Ja! Nummer zwei! Verdammt! Tja, so wird es gemacht. Boom! Falltreffer! Ha! 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 Treffer! Nur noch eine! Verdammt! Was sagst du jetzt? Die letzte! Kacke! Das war so knapp! Ja! Moment lang dachte ich, du hättest gewonnen. Pff, okay. Naja? Deal ist Deal, oder? Los, frag einfach was du fragen willst. Okay. Wie schaffen wir es nochmal zum Anfang zu springen? Raumschiff. Kein Sarkasmus. Wie eins dieser intergalaktischen Riesenraumschiffe mit zwei Warp-Antrieben. Elli! Ich weiß nicht. Mach einfach so weiter, wie bisher. Das klappt schon. Na gut. Komm, wir haben es bald geschafft. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit. Ja. Komm mal mit. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ich muss sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was hab ich gesagt? Heißt das, das ganze Sinter hat Licht? Finden wir's raus. Das musst du sehen. Ah, warte. Ich... Ich weiß, was du vorhast. Und... Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine... Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt hab, bevor ich wegging... War nicht so gemeint. Riley... Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh, Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich weiß, wie du... wichtigst." Als es den Ernst kam,